Ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die sich an Regeln halten und sich gegenseitig respektieren. In meinem Sport gehört das eigentlich zu den Selbstverständlichkeiten. Menschen, die sich nicht respektieren und sich auch nicht an Regeln halten, gefährden das Miteinander beim Sport, aber auch im Alltag beim Zusammenleben. Daher versuche ich, die Menschen so zu behandeln, wie ich auch selbst behandelt werden möchte. Davor habe ich Respekt. Und wovor ziehst du deinen Hut?